Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode, einer neuen kleinen Let's Play Shopkeep und wenn ihr das hier seht, ist Kreis höchstwahrscheinlich schon im Urlaub. Trotzdem wollen wir uns den Spaß an diesem Spiel nicht verderben lassen, aber ich hab mal wieder was gesucht. Gesponsort wurde das ganze Spiel, diesmal durch Dr. Geldahnung, der mir dieses Spiel freundlicherweise geschenkt hat und als es dann bei mir ankam, dachte ich, ja, das klingt nach einem guten Projekt für einen Urlaub. So, wir machen Playgame. Wie nennen wir denn den Shop? Das ist jetzt die Frage. Ähm, vielleicht nennen wir den Shop mal die Kreiselstube. Aber wir schreiben es mit P, das ist cooler. Die Kreiselstube, so. Create, Kreiselstube, neu in euer Shop. 60 Gold, haben wir keine Objekte. Okay, dann schauen wir mal. Ich kenne dieses Spiel gar nicht, ich habe dieses Spiel noch überhaupt gar nicht gespielt. Äh, hab, was ist das da? Es kämpft irgendwie. Aber schauen wir mal, was uns zukommt und ich denke, wir werden den größten, wunderschönsten und tollsten Itemshop im Lande besitzen. Ja, also da werden sich die, die WoW-Shops, die werden sich da noch umschauen. Die werden sagen, Kreis, kannst du bitte bei uns auch einen Laden eröffnen? Das ist ja der Wahnsinn. Deine Angebote sind einfach zu krass. So. Schön. So, das ist unser wunderschöner, unser wunderschöner Shop. Oh, ich muss ja mal die Maus mal so ein bisschen runterdrehen. So, äh, press F to travel. Personal house in the back of your shop. Also das ist quasi mein Personal house. Hier ist mein Spiegel. Ich bin ein wirklich schöner Mann. Ein einfacher Kerl. So, willkommen to Kreiselstupe. Okay, die Kreiselstupe ist... Okay, hier können wir sprinten. Sehr schön. Sieht aus wie bei diesem Thirteen-Spiel damals. So. Äh, ordering items. Press Q. So, was brauchen wir denn? Health Potions. Wooden Shields. Äh, eins, zwei, drei. Das sind... Additional Armor. Ja, okay. Health Potions laufen doch immer gut, oder? Ich meine, ich hab nicht so viel Geld. 70% Shop Appeal. Cost 20. Ähm. Wie viel kann ich denn holen? So, holen wir mal noch zwei Schwerter. Zwei Schilder. So, Lederhandschuhe laufen bestimmt immer gut. Ah, ein bisschen Leather Chest. Nehmen wir auch noch mit. So. Place Order. Hab ich gemacht, oder? Oder hab ich einfach kein Geld? Warte, ich schau mal eben, wie viele Health Potions kann ich denn? Fünf. So. Okay. Ich hatte einfach nicht genug Geld. Ich habe nur 60 Gold. So, fünf Health Potions haben wir. Okay, ähm. Order is in progress. Please some display. Place. Some displays. Äh, eins, zwei, drei, vier. Tooltips. Sauber machen kann ich hier. Was ist das? Schwertkampf. Oder muss ich jetzt? Nee. Er ist hier drauf. Dann auf E. Order ready in back room. Okay. Ähm. Aber. Ah, schönes Symbol. Wie kann ich denn bauen? Auf E. Eins, E. Habe ich denn hier nicht irgendwie ein Display rumstehen oder so? Hier kann ich Sachen craften, oder? Statistiken. Hier sehe ich meinen wunderschönen Kopf. Hier hängen noch so ein paar Sachen. Die man braucht. Ein Standard Chest. Ein Besen. Der Nimbus. 2000. Quests. Warriors. Okay. Äh. Ah. Okay. Ähm. Gold Place. Warriors. Okay. Das sind die Hot Items, oder was? Ah, okay. Die normalen werden gleich kommen, um unsere Health Potions zu kaufen. Das ist meine Personal Chest. Okay. Ah. Ah. Warte mal. Hier habe ich die Health Potions in der Hand. Ähm. Wo kann ich denn? Habe ich auch ein Inventar? M, V, B, C, Q, E, R. Hm. Irgend so eine Taste hier. Cool. Hahaha. Äh. Nee. So geht's nicht. Ah. Okay. Stellen wir das mal hier so in die Ecke. Damit hier der... Okay. Moment. Stellen wir doch mal hier erstmal die Podeste auf. Kommen die Leute gleich in den Laden. Coast 4 Gold. Okay. Äh. Ist noch nicht unlockt. 25 Gold. Kann ich das... Okay. Ich habe offensichtlich kein Geld. Ähm. Das ist noch nicht geunlockt. Counter. Okay. Aber ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ähm. Ja. Shelf hat noch nicht... Ist noch nicht geunlockt. Okay. Cool. 4, 9, 4, 9, 4, 5, 1. Die Health Potion. Plus, minus. Read Pricing Tutorial. 10. 10. 10. Äh. Äh. Verkaufen wir für 15, oder? Kann ich nicht... Warum kann ich nicht gedrückt halten? Okay. Okay. 15. So. Also für ein 15er hier. So eine schöne Health Potion. So, öffnen wir. Hallo, willkommen in meinem Laden. Wo denn auch so viel zu kaufen gibt. Äh. Was ist das hier für Schüsseln? Offerings. Okay. Alles klar. Ich muss mich mal so ein bisschen reinfinden. Wir sehen dann... ... mein Wachstum auch gleich mit. Ähm. Okay. Warum kommt niemand? Hallo, Leute. Kommt in meinen Laden. Hey. Hier gibt's Health Potions. Für 15 Dollar. Oh, da kommen die Leute. Sehr schön. Da kommen die Leute. Ja, wir sind halt noch ein kleiner Laden. Aber vielleicht können wir eines Tages uns ein bisschen expandieren. Freunde, kommt vorbei. Schaut es euch an. Ihr Piraten, ihr seht geschwächt aus. Braucht ihr etwa noch, äh... Ah, der will Handschuhe. Ich hab keine Handschuhe. Also ich... Ich konnte keine kaufen. Ich hab nur Potions. Ich kann mit Osborn reden. Ey, der kam rein, hat gerülpst, ist abgehauen. Moment, hat der geklaut? Der hat geklaut, oder? Ich glaub, der hat geklaut. Her mit dem Ding. Alter, der ist einfach geklaut, der Sack. So, jetzt stehen da zwei Sachen. Warum auch immer. Na, mach mal ein bisschen sauber hier. Muss ein bisschen sauber sein. Ne, hallo. Kann ich Ihnen was anbieten? Kann ich dir was anbieten? Wie sieht's aus? Könnte ich sie vielleicht als Kunden für meinen Laden gewinnen? Check Equipment Offer. Und, hat sie's gekauft? Für elf, oder was? Okay. Na, das ist doch schön. Hallo, junger Mann. Kann ich dir... Hä? Ah, guck mal, Alter. Okay. Verkaufe ich's für ein bisschen mehr. Ein Dollar mehr, Leute. Hier im Laden kriegt ihr's auch. Voll günstig. Ach, Mist. Ich hab 24 Gold. Alter, ich kann ja hier noch nichts Tolles kaufen. 25. Hm. Was kann man hier suchen? 0, 1, A, B, sortieren. Okay. Hallo, kann ich Ihnen vielleicht noch was anbieten? Ach, komm. Check Equipment. Sie hat nichts. Tja, da können wir nichts machen. Dann müssen wir mal abwarten. Hallo. Möchte denn niemand? Was gibt's denn hier eigentlich? Ach, das ist mein Privathaus, ne? Hier könnte ich jetzt dann Haier machen gehen und so. Direkt rüber zum Laden. Hier, Red Nose. Alter, geil! Okay, nee. Ich will ja jetzt nicht zurückkaufen. So, hier, das mal schön drapieren hier auf dem Schrank. Hm? Leute, komm. So ein paar Health Potions. Sie sehen sehr geschwächt aus, junger Mann. Sie sehen doch... Also, Biber. Herr Biber? Wie wär's, wenn Sie einfach mal in meinen Laden kommen? Es gibt hier so wunderschöne Dinge zu sehen. Ah, sehr schön. Sehr schön. Okay, cool. Guck mal, wir haben 54. Wir können wieder was bestellen. Ähm... Warte mal, ich bitte... Äh, achso. Wir bestellen drei noch. Ähm... Wir bestellen noch drei Potions. Dann würde ich nämlich gerne hier... Wo kann ich das... Wo ging das? E und dann drehen. Oder hier drehen. Eins drehen. Nein. Hier darf nicht geklaut werden. Okay, ich hab mich irgendwie durch den Trash gewühlt. Ah... 24. Hey, wie sieht's aus? Jawoll, Alter. Schön, Health Potion. Okay, da sind noch drei Stück drin. Wir müssen auch was anbieten. So. Aha, wunderschön. E. Kann ich jetzt... Okay, wie kann ich? Ich möchte den Leuten ja jetzt hier nicht unbedingt so... Alter, warum wird die Musik auf einmal so laut? Kann ich nicht leiser machen? Warum geht das nicht? Ah, okay. So ist es ein bisschen entspannter für mich. Ähm... Wieso kann ich jetzt hier zum Beispiel nicht drehen? Ich würde gerne was bauen. Warn 97, Warn... Hier kann ich... Klöppeln? Ähm... Hier kann ich meinen Personal Chest irgendwie... Hier habe ich doch noch eine. Komm. Hey, was geht ab? Hä? Bock auf... Bock auf... 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 Drei ist bauen. Zwei ist abbauen. Ach, ich kann, glaube ich, gerade gar nichts bauen, oder? Weil der Tag... Ich glaube, bauen geht nur zu gewissen Phasen, oder? Ähm... Könnte ich mal eben schauen. Tutorials. Und zwar... States, Items, Ordering, Season. Time for Building. So. In the Build Phase and the Build State. Okay. Alles klar. Was kann ich denn dann so machen? Okay, also die Bauphase. Ich muss auf die Bauphase warten. Deswegen bin ich so verwirrt gerade. Ähm... Ja, das heißt, ich kann ja prinzipiell... Aber ich glaube, vorhin der eine hat geklaut. Oder beim Rülpsgeräusch wird geklaut. Na komm, dann ordern wir jetzt einfach mal noch ein paar Health Potions. Oder soll ich noch ein Holzschild mal bestellen? Vielleicht kauft es ja einer. Na, komm. Ich mach erst mal hier auf Trank, ne? Ach. So. Hallo, schönen guten Tag. Alter, Health Potion is sold. Ich hab auch jetzt leider keine mehr im Angebot hier zur Zeit. Ach, der erste Tag in meinem kleinen Shoppy. Hä? Shoppy Keep. In der Kreiselsstupe. Die Kreiselsstupe ist ein Ort, an dem Menschen... Zusammenkommen. Aber wir haben... Okay, die Order is ready in the back room. Nehmen wir mal mit. So. Boat for ten. Ich erhöhe mal ganz schnell den Preis. Meinst du, wir können fürs Doppelte? Ne, fürs Doppelte ist ein bisschen heftig, oder? Machen wir mal 18. So. Wir müssen ja irgendwie was verdienen. Level 2. Kann ich das den Leuten auf der Straße eigentlich auch für mehr Geld andrehen? Wenn ich jetzt da hingehe zum Beispiel. Offer Inventory. Wenn ich jetzt hier auch... Hold Left Shift. Okay. Äh, ne, passt schon. Bitteschön. So, Leute. Hä? Guck mal. Kauft. Kauft. Kauft doch mal einen Trank. Hey, wie sieht's aus? Hey, hast du nicht Lust auf einen Trank? Sam Potter. Bist du der Bruder von Harry? Alter, Harry war immer sehr schlecht in Zaubertränken. Außer im fünften Teil. Aber nur wegen dem Cheatbuch. Was kann man denn hier... Was kann man denn hier... Alter! Alter! Ein Leather Chest hab ich gefunden. Alter, das verkaufe ich doch für 70 oder so. Ha. 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 Na komm, 69 ist ein geiler Preis. Aber jetzt muss erst einer was kaufen. Im Müll gefunden, Alter. Komm, jemand will doch bestimmt noch einen hübschen Trank, oder? Oder hier, was... Ey, kannst du eine Leather Chest gebrauchen? So, hier bitte. Für den Fufi verkauft. Hab ich hier Müll gefunden, ey. Richtig nice. Cool. Ha, ha. Ha. Na, die Leute brauchen Handschuhe. Die Leute brauchen Handschuhe. Liegt hier hinten immer noch der Kaputte? Der... der Räuber? Ja, tut mir leid für dich. Du bist denn halt ein Verbrecher. Verbrecher kriegen halt nur mal auf die Nuss. Ganz klare Sache. Und nun? Hm? Einer von euch vielleicht Lust? Komm. Kommt in meinen Laden. Was kann denn an diesen zwei Tischen hier eigentlich nicht attraktiv sein, Leute? Jetzt mal wirklich im Ernst. Hier muss ich mal ein bisschen aufräumen wieder, ne? Da kommt doch jemand. Da kommt doch jemand zielstrebig. Hä, hat Ihnen denn mein letzter Magic Drink gefallen? Oh. Kommst du nur zum Wühlen oder was? Gibt's ja nicht. Wühlt ihr mir hier in den Klamotten rum? Boom. Schön gemacht. Toll. Beim nächsten Mal wirst du gesappt, Alter. Was kann ich hier? Warum war hier gerade irgendeine Anzeige? Naja. Freunde, wir lernen ja noch. Wir lernen ja noch. Ich denke so in den zwei Wochen, die ich nicht zu Hause bin, die wir dieses Spiel dann quasi spielen, äh... werde ich noch einen wunderschönen, wunderschönen Laden bekommen. Richtig hier. Guck mal, da mache ich mir hier hinten, mache ich mir hier so einen schönen Tisch hin, wo ich so die Hauptangebote drauf offern kann. Weißt du, so Kleinkram halt direkt an der Kasse. Jawohl, hier verkaufen wir die Knollen, die wir pflanzen. Und... Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man hier Knollen pflanzen kann. Ähm... Aber wir können ja noch viel Kram dann bestellen wahrscheinlich. Kommt übrigens demnächst ein zweiter Teil von raus. Auch wenn sich viele aufgeregt haben, ne? Und gesagt haben, äh... Ihr könnt doch nicht jetzt schon am zweiten Teil weiterarbeiten, äh... Ihr müsst den ersten Teil erstmal richtig machen und blum, blum, blum. Aber, ähm... Warum nicht? Warum nicht, wenn Sie sich erweitern wollen. So, wollen Sie was kaufen? Schönen guten Tag, kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Ah, sehr schön. Oder guter Kurs, empfehlen Sie mich weiter. Richtig nice. Guck mal, Alter, wir haben schon richtig Kohle gemacht, ne? Kann ich mir morgen richtig sexy Tisch kaufen, auf jeden Fall. Ich glaube, eine Ordering brauche ich ja jetzt nicht mehr machen, weil wir sind ja schon in der Evening-Phase. Die geht jetzt auch noch fünf Minuten. Und dann ist ja der erste Tag hier... Ey, ey, ey! Okay, sie hat nix. Equipment, nothing. Glück gehabt. So, ähm... Mann, ey, fingern die hier immer rum? Das ist ja ätzend. Also wirklich. Wie soll denn da einer? Ich meine, guck mal, die kommen hier vorbei und sehen im Fenster hier... Ach, guck, Zaubertränke. Das ist ja nicht schlecht. Ne? Wollen Sie einen mitnehmen? You're the best. Vielen, vielen Dank. Danke. Ich weiß, dass... Ich weiß Kunden, äh, zufriedenheit zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Boah, aber dann ist ja... Die Build-Phase schon bald wieder, äh... Für uns zugänglich. Und dann kann ich mir mal einen richtigen Tisch holen. Die Dinger hier kann ich irgendwann mal abreißen, weil das sieht nicht so geil aus. Da kann man dann lieber, äh, so edle Gegenstände, weißt du, so eine Rüstung zum Beispiel. Einfach mal, weißt du, so eine Leather Chest oder ein besonderes Schwert, Waffen. Könnte man hier drauf sehr gut trappieren. Was heißt denn eigentlich K110 von 150? Immer mal wieder durch den Müll wühlen und gucken, ob hier was ist. Gibt's hier in der Stadt noch mehr Müll? Gibt's hier so Mülleimer oder... Die Fässer durchsuchen oder so? Nee, leider nicht. Da geht's nach draußen in eine andere Stadt. Okay, viel können wir hier nicht sehen, hä? Wer ist das? Alter! Boah, Alter, das ist aber teuer. Das ist aber teuer, Junge, du kostest richtig. Kann ich hier beten? Oh, hier. Oh, Alter, ein Schwert! Oh, und eine Potion! Eine Fire Resist Potion! Geil, Alter, hier gibt's echt noch einen Mülleimer in der Stadt. Hab ich nicht gedacht. Ist hier noch mehr? Wo rennen alle hin? Warum rennen alle weg? Panik bricht aus! So, jetzt sind wir auch noch in der Bauphase. Ähm, das ist geil. Weil jetzt kann ich endlich mal... So, laden zu! Sehr schön. Shelf ist noch nicht unlockt. Table holds ein Medium-Item. Okay, äh... Stellen wir den hier so mitten in den Laden? Oder mehr so? Jetzt ist natürlich die Frage... Können die dann nur von der Seite an den Tisch ran? Oder was bedeutet das? Okay, Moment, ich stell's einfach mal... So. Haben wir schon mal ein Table für 25? Noch nicht unlockt? Unlockt. Okay, Moment, hab ich anscheinend nur Tables, hä? Counter hier, so ein Ding wär halt geil, ne? Für hier vorne so zum... Ist auch noch nicht... Alter, ein Save. Weapon Rack. Floormat. 5000 Gold. Eine Pflanze, 5000 Gold. Oh, ein Weihnachtsbaum. Geil! Cool. Den werd ich mir auf jeden Fall hier reinstellen, weil es ist ja immerhin ein Weihnachtsshop dann. Ähm... Drehen... Ja, ist das... Hab ich ja alles noch nicht. Ist ja alles gar nicht freigeschaltet. So, ähm... Dann brauch ich doch meine Podeste hier. Einen Tisch da. Was können wir denn auf diesen Tisch legen? Das Schwert, oder? Ne, Moment. Profit Null. Für 100 verkaufen wir es, oder? So. Sehr schön. Und jetzt müssen wir noch hier die... die Geräte bauen. Scroll ich mal hier ganz zum Anfang zurück. So, ähm... Es steht natürlich jetzt alles... ein bisschen Kacke. So. Können wir hier so einen Haufen Podeste machen? Ah, das Shelf wäre geil, ne? Und Table kostet 25 Gold. Aber wir müssen ja morgen auch so ein paar andere Sachen bestellen. So, machen wir hier so eine Ecke hin für Kram. So, äh... Jetzt haben wir natürlich hier die super... Fire Resist Potion. Oh, da hab ich auch keinen Preis festgelegt. Ich mein, ich hab's umsonst gefunden, aber... 26... Ja, komm. Hauen wir mal alles raus, hä? 120 Prozent, 119... So, für 30 Gold kann man schon mal nehmen. Leute, Feuerresistenz. Das müsst ihr erst mal hinkriegen. So, Ordering. Wir haben noch 73. Also könnte ich jetzt mal endlich hier einen, so ein Schild bestellen. Äh... Und nochmal 3 Potions. So, haben wir die Plays nämlich in Order. Und dann... Schauen wir mal. So, okay, die Order ist gesetzt. Freunde, ich würde sagen, bis die dann da ist, verabschieden wir uns in die nächste Episode von Shoppe Keep. Und, äh, es ist mir eine riesen Ehre, dieses Spiel für euch zu spielen, denn jetzt gerade fang ich an, Gefallen daran zu finden. Und das ist gut. Das heißt, wir können noch ein paar Folgen lockerlässig dahin kladatschen. Okay. Vielen Dank fürs Zusehen. Bewertungen, Likes, Kommentare. Immer gerne alles, äh, gesehen. Und, äh, großen Dank dafür auch für all die Leute, die sich immer wieder darum bemühen. Das Kreis und all seine Zuseher ein großes Wachstum erlangen. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Vielen Dank. Reingehauen. Ciao. Ciao.